WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 dass er die ersten drei Monate Covierica macht, wenn sie prophezeit. Und jetzt, gut, jetzt heute hat er gesagt, ich hoffe, dass er morgen wieder nass. Was sind sie? Ich habe ihn geschrieben, ich mache jetzt irgendeine mit. Was ist das? Marathon. Ach schon? Ja, sie haben beide Langlauf-Ski gekauft. Aber weisst du, in Seefeld waren es Skifahrer und es war schlecht wert. Und dann haben sie die ganze Truppe gelaufen lassen. Und dann haben sie gesagt, sie könnten einfach einen Marathon machen. Was ist denn nur Langlauf? Ja, nur Langlauf. Und wie? Ja, 43 Kilometer. Ein Marathon? Ja. Aber weisst du, weisst du? Klassische Ruhe? Äh, nein, sie kalt. Sie wollen ja nicht gewinnen. Wie? 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 Aber, wenn wir wahnsinnig. Ich bin beide in diesen Ausrüstungen gekauft. Und jetzt sind sie voller Binnen, oder wie? Ja, jetzt hat er gesagt, jetzt wüsst du schon noch einmal den Langlauf-Ski. Das geht auch hoch. Ja. Ja. Das ist nicht gleich weit, oder? Ja. Ja, vor allem diese sind die Muskeln, die vom Eisenkeer herrscht. Ja, ja. Weisst du? Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, ganz schön. Ja, vom Eisenkeer. Aber ich weiss nicht, ob ich es normal war. Und dann habe ich ihn gerne mal laufen können. Ja, das glaube ich. An Doktoren, oder? Ja, ja. Eine komplett ungewohnte Bewegung. Ja, sicher. Ich habe noch oft so eine Geschichte, wo wir hier laufen sind, auf die Klöscherchen hinten. Ja. Da habe ich gesagt, du, wir haben dir mal da hinten gekauft. Ja, ja. Ich habe mal in Melbourne, oder so. 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 Ja. Ich sage jemanden, der dahinter kann, der einen Traum hat. Ja, ja. Sie kannten schon einmal. Ja, ja. Aber so in einem nächsten Winter einmal. Also jetzt hat er halt keinen Urlaub. Ja, genau. Ja, und halt Samstag, Sonntag ist schon kurz. Ja, ja. Ja, ja. Ich habe einen coolen Job, dass ich immer rüber da. Also wirklich lange, wenn man die Tür nicht wollen. Aber eine längere Zeit, noch nicht gerade zwei Nächte. Eine mögliche Seite. Das ist egal, oder? Danke.